Jo Leute, was geht ab? Timo hier und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ja, also erstmal wollte ich sagen, für diejenigen, die es noch nicht wissen, ich habe einen neuen Upload-Plan. Ich habe mir wirklich sehr viel Gedanken und Mühe damit gemacht. Und zwar, also, geregelte Upload-Zeiten. Es ist so, es wird ein Short und ein Video jeweils um 15 Uhr und um 20 Uhr kommen. Also um 15 Uhr ein Short und ein Video, zur gleichen Zeit. Und um 20 Uhr auch zur gleichen Zeit, nochmal ein Video und nochmal ein Short. Damit ihr das schon mal beschreibt wisst. Und jetzt zum Titel, ihr seht es schon, die Challenge Expert-Popular-Level. Ihr seht es schon, die Challenge Expert-Death-Equal-Skip. Das heißt, Expert-Level an sich sind zwar nicht so schwer, aber trotzdem kann man mal sterben, wenn man mal einen Fehler macht. Und wenn ich einmal sterbe, egal wie weit ich komme, muss ich das Level skippen. Das heißt, ich muss direkt zum nächsten Level springen. Und ich sage es euch, die Challenge war härter als gedacht. Ich dachte, ich kann da ein bisschen mehr durchrushen. Ihr werdet es aber auf jeden Fall gleich selber sehen. Und falls euch das Video gefällt, lasst doch gerne ein Däumchen nach oben. Das würde mich wirklich sehr freuen. Und falls ihr neu auf dem Kanal seid, lasst doch gerne ein Abo da. Wir sind jetzt gerade bei 434 exakt. Und ja, Road to 500, falls ihr neu seid, wie gesagt, gönnt ein Like und gönnt ein Abo. Das würde mich wirklich sehr freuen. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß, Leute. Haut rein und ciao. Okay, also, first trial or skip challenge. Sinking steps, perilous platforming, full jumps recommended. Fuck. Erstes Level verloren. Prison break. Mario escapes the prison. Mhm. Oh 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 Was ist so ein Scheiß? Woher soll ich wissen, dass ich nach unten muss? Come on, das ist so ein Bullshit Why Die ersten zwei Level schon nicht geschafft Level 3, Live Platforming in the Sky It's not impossible, difficult Three out of five I Ich, ich, ich schwöre, ich drücke, springen. Und für alle internationale Viewers, die nicht verstehen, German, I pushed jump. Ich schwöre, I pushed jump. Believe me or believe me not. But I pushed jump. Ich schwöre, ich schwöre. Ich schwöre, 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 ich schwöre, ich schwöre. Desert Discipline. Plattform your way through the desert and enjoy one CP. Hä? Warum ist jetzt nur ein Manscher weg? Was soll das? Ich habe beide Blöcke getroffen. Was ist mit dem anderen Manscher passiert? Das ist so dumm. Oh Gott. Oh Gott. Trident Tungskin. Murica. Okay, I will beat this level. Guaranteed. I can guarantee a win on this level without death. Okay, nice. I keep my promise. 40 seconds speedrun. Sample mindestens hier 10er Münzen und erreiche das Ziel. Okay. 20 seconds speedrun. Okay, ich muss aber sagen, das Level war ich nicht wirklich schwer. Aber okay, wir haben es geschafft. 20 seconds speedrun. Komm, das schaffen wir auch. Hier ist es schon vorbei. Das Gute ist, die Münzen zeigen alles an. Nice. Okay. Das Level war sehr einfach. Gott sei Dank. Die Münzen haben uns den Weg angezeigt. Da konnte man fast gar nichts falsch machen. Okay, ich habe das Gefühl gerade sind wir im Floor. Gerade sind wir im Floor. Mein erstes Mal Kai'So. Difficult, was? Oh, nur 6 Sekunden World Record? Warum so kurz? Okay, aber ich werde... No way. No way. I hate these people. Why? Why are existing people in Mario Maker who are thinking, oh yeah, I'm making a backwards indicator. Why? It is so dumb. Like, why is someone so dumb and made backwards indicators? It is so dumb. Who makes this shit? PixCherry. Fuck you, Cherry. I up, I re-upload this level. You should re-upload this level again. RoboZoR. Oh my god, I just lost my streak because of that stupid guy. Okay, I forgot to duck. My fault. Mythical Desert Platforming. Okay, ich weiß nicht was gerade über Falsches. What the fuck? Tafel sind die Levee eigentlich einfach, aber ich mache so viel Scheiße gerade. Giroudou, gib du galopp. Okay, komm, 20 seconds. Ey, das muss ich jetzt schaffen. Come on. Ah. Was ist das für ein Scheiß? Wieso? Ah, ich scheide als an den Fireballs. Ach, Gott. Kaiser Bouncing. Very hard, Kaiser. Hopefully you like it. Der Druck wird größer irgendwie, muss ich sagen. Seriously, I missed the last Bomb on Jump. Ah. Why am I so bad right now? Easy Expert Levels and I can't first try. Why? Okay, Gott sei Dank. Aber ich war auch kurz davor da, wieder zu sterben. Gott sei Dank, haben wir es geschafft. Toxic Platform Paradise. Go. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Haunted Library Platforming. Easy. Combo World. Ich fand das sowieso unnötig. Kaiser World of the Castle. Hashtag TJ. Ah, das klappt. Schade. Spooky Dreams Kaiser Light. Oh, oh, oh. Ah, das klappt. Wow. Das war's für heute. 30 Sekunden speedrun Bolt man Hello section ratio What's up? Okay Flower file 20 seconds Did you see I did my first review? I didn't know but I saw you have a Discord channel Oh Fuck Oh Fuck I think I will time out Oh no Good good thing the timer is not tired Nooo Nooo you Fucking God This is so dumb Whyyyy Ah fuck you Duolingo is a website to learn new languages through small entertaining lessons Oh that's great So probably you do that with viewers I think Knife Fever P Remix Alone I didn't really reach it But you use a normal streaming software like OBS I push jump Yeah but maybe I will check out your VOD after my stream if I have time But I hope you had some bald viewers in here Like dark fire fox pain or something Go go No good good I have to go I have to go now have a good stream okay but thanks for hanging out I see you next time Cat kiss Pain passed Nice Pain is a great girl I will see you next time I will see you next time I will see you next time Bye bye Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Bis zum nächsten Mal.